Wir erachten Fairness in der Zusammenarbeit im Unternehmen und mit Geschäftspartnern als Voraussetzung für unseren Erfolg. Wenn ich in der Früh in die Firma fahre, dann kommt mir in den Sinn, dass ich ein Spiel vor mir habe, in dem viele Partner dabei sind, die alle in diesem Spiel nur mit Fairness miteinander erfolgreich sein können. We are BSH. Wir kommunizieren wichtige Unternehmensthemen rechtzeitig und offen und schaffen so die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Offene Kommunikation ist für uns besonders wichtig, gerade in Veränderungsprozessen. Es ist täglich wieder eine neue Herausforderung. Wir sind uns aber alle des notwendigen Informationsaustauschs sehr bewusst und bemühen uns täglich. We are BSH. Wir schätzen und fördern Vielfalt als Bereicherung und Quelle unseres Erfolgs. In meiner Abteilung wird sehr viel Wert auf multidisziplinäre Zusammenarbeit, zum Beispiel zwischen Informatik, Design und auch Marktforschung gelegt. So ergänzen sich verschiedene Fähigkeiten und auch Perspektiven. We are BSH. Wir handeln verantwortlich im Interesse unseres Unternehmens und berücksichtigen hierbei auch die Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt. Übrigens, bei der BSH gibt es ein schönes Motto. Wir wollen nicht das Hausgerät für dich bauen, sondern genau dein Hausgerät. Um diesem Motto treu zu bleiben, setzen wir auf Konsumentenzentrierung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und dieses weltweit, in allen Regionen, in denen wir als BSH präsent sind. Are you BSH? Ich arbeite bei der BSH Türkei und bin sehr stolz darauf, ein Teil der BSH zu sein. Wir versprechen nur, was wir erhalten können, sehen Zusagen als Verpflichtung an und beachten Recht und Gesetz. Wir handeln aus eigener Initiative in unternehmerische Verantwortung und sind konsequent bei der Verfolgung unserer Ziele. Unternehmertum hört nicht mit Powerpoint-Folien auf. Sie müssen die strategisch durchdringen, konzeptionell ableiten und dann einfach mal machen, testen, lernen. Für die Kommunikation im digitalen Zeitalter gilt das mehr denn je. Are you BSH? Wir handeln ertragsorientiert, sichern so unsere Zukunft und schaffen die Grundlage für die gemeinnützigen Vorhaben des Unternehmens und der Robert-Bosch-Stiftung. In meinem Berufsalltag muss sich Ertragsorientierung immer im Hinterkopf behalten. So kann ich Risiken und Verbesserungspotenzial schnell erkennen und dazu beitragen, dass die gesetzten Ziele für die Zukunft erreicht werden können. We are BSH.